Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Hey, wer ist denn mit dabei heute? Was geht? Na? Geile Schnitzel, alles gut bei dir? Zurück, Jungs! Zurück, Junge! Auf geht's! Auf der Gamescom unterwegs, wie ihr vielleicht wisst. Der gute Boy übernachtet auch nächtig bei mir. Ja, jetzt werden wir ein bisschen Scharfschützengefecht spielen. Ja Leute, ich bin mal gespannt. Jagdgewehr Gott zurück am Start. Sollen wir direkt nach Tilton, oder Bruder? Sure, what did you say? You start with that Jagdgewehr? Ja, uh, I'm like a beast with the... Oh, okay, sorry. Sorry about that. You know me, right? You know me. I'm pretty good, yeah, yeah. Okay, ich hab ein Jagdgewehr, alles gut. Oh, there's snipers everywhere. Bei dir jemand oben? Yeah. You got one? Oh, no! Oh, he fell down. It's so hard to hit him. Da ist noch ein Jagdgewehr, warte. Oh, he's in the library. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? I think went up. Holy shit, do you hear? It's like a fucking thundershow going on right now. Ja, I see, I see. Hinten beim L-Haus. Okay, okay. Woah, woah! He knows he's got me. Holy crap! I think he has chopped my pants. Oh, direkt vor mir. Ja, direkt vor mir. Ja, and he's gonna medicate. Oh, fuck, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, lecker! He down, he down, he down. Okay, drei Jagdgewehre, auf geht's, digger. Oh! Backstein. Backstein, genau, ganz oben. Innen drinnen, innen drinnen. Okay. Oh, im Backstein, ja, okay. Er hat die neue Scheibe. Bro! What? I'm down, instant. He fucking killed you, what? Huh? I'm instant down? Yeah, what? Didn't know that, bro. That's not a thing. I guess I'm gonna be knocked or something. Okay. Gut zu wissen, digger. I didn't know that. Did you? That's not a thing. Did you? I think it bugged that. For real? Yeah. Oh, nice digger. Ja, geil, alter. Erstmal hier schon mit dem Buck gekillt worden. Richtig geil. Get him, boy. Watch out. One hit and you're down. You don't have a shot, right? Oh, fuck. Oh, no, he's beating you. No! Run! Run, homeboy! Yeah, and now beat the shit out of him. Beat the shit out of him. Kill him! You can do it! Yes! And now kill his mate. No! Run, run, run! Run, run, run! Multi-band! What the fuck? Oh, damn. Oh, damn! Oh, damn! Oh, damn! Damn! Ja, gut, Leute. Da haben wir auf jeden Fall gerade gelernt, wie es funktioniert. Denn sobald man quasi einmal tot ist, ist man dann auch tot. Stabil. Da wird richtig gut, Digga. Da wird richtig gut, ich sag's dir. Okay, hier vorne rechts. SW. Warte, hier ist noch ne Kiste. Oh. Bruder. Das war böse. Das klang richtig, richtig aggressiv, Alter. Aha. Hab ihn gesehen. Ha! I just opened the door. Hit him once. Hit him once. Down. Down he goes. See, that's what I meant with the spam. Auf der Autosniper. Ich brauch auf jeden Fall mehr Munition, Bruder. Autosniper ist eigentlich ne ganz geile Waffe. Also, zumindest für diesen Spielmodus. Oh, Gegner, hier mit mir. In mein Haus. Aha. Oben, 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 oben. Ja, ja, ja. Oh, mein Gott! Einmal. Uff. Sehr gut, Digga. Autosniper ist geil. Ich glaub, wir sollten ja Autosniper spielen, Philipp. Ah, okay. Mit Autosniper geht's wirklich gut. Ist echt ein bisschen wie ein sehr langsames Gewehr, weißt du? Und wir sollten von diesen stinkenden Granaten welche mitnehmen, weil wenn du close bist, dann kannst du damit wirklich auch gut Damage machen. Leggo! Abgesehene Zone. Oh, Bruder. Muss los an der Stelle. Let's go! Yeah, boy! Nice, Digga. Nice one. Zwei Kisten vor uns bei Süden. Ah, beide offen. Nevermind. South-East, South-East. Player. Okay. Oh, Tadim. Hinterm Baum jetzt. Yeah, I'm gonna break the tree. Hinterm anderem Baum. Can I reload my murder weapon in a second? Bist du bereit? Lass los! Manne! Bitte! Stirb! Okay, das könnte ein Win werden. Könnte ein Win werden. Wieso hat er nicht gebaut? Ist er dumm? Kann ich gerne. Er hat nicht gebaut. Er hat kein Gehirn, glaube ich. Oh, Jagdgewehr? I guess I'll take it. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut spielen. Hier vorne rechts noch zwei Kisten. Wir müssen unbedingt Full-Shield haben. Ohne Full-Shield ist vorbei. Oh, kann ich die Heavy haben? Ja, ja, ich habe eine. Danke dir. Geil, Alter. Jetzt haben wir ein gutes Setup, Digga. Ich glaube, das können wir so spielen. Sollen wir den Rift nehmen? Ja. Und dann einfach drauf, wenn wir Gegner sehen? Ja. Okay. Tell me where to go, Senpai. Oh, unter mir, südlich. Hinter den größten Stein. Kannst du sehen? Mhm. Wait till you snipe. Wait, wait, wait. Okay. Drei, zwei, eins, go. Well, we both missed. One of them took full damage. Any of them peeking dumb? No, no, no. Not really. Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Behind, behind, behind! Ja, ja, ja. Gonna break his cover. We're getting sniped from another mountain. Oh, my god. Be careful. Über mir, über mir, über mir. Oh, that's the dildo mountain. Ja, but... Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ja, ja, ja. Okay, I have a plan. Oh, fuck, fuck, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. I'm really dead. Okay, you're fine. One more hit, I'm down. Can you do it? Oh. He's trapped here. Reload your weapons if you need to. Man. Hit him. Hit him. He's kinda low. Nice, bro, nice. Okay, then do this lerp. Uh, you can. Zone, zone, zone. Watch out. For the zone. Reload all your stuff and then we go back. Oh, hit! I hit him with the heavy on the top. Boom! Killed one. We gotta go there. Okay, hast du Zugriffspat? No, no, no. Damn. Oh, yeah. Neben den Steinen. You know the... Ah, Süden, Süden. Oh, bro, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Behind. Oh, behind us. Oh, quicksculpt. Hit him. He's hit for 150. You can probably stink him. He's not here. No, he ran away. Zone, 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 zone. He has to get into the zone. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Oh, I got him. Nice, 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 nice. Hey, Filip, dude. We'll get him. No, dude. Legende. Eisenermann. Oh, there's someone to the left of me in the house, I think. I can go from behind. Oh, no scope. Trying to trap me. I hit him. I hit him. I hit him. I hit him. Nice. Careful, there's a trap. Careful, careful. I don't know what it is. Oh, it's on top there. Zone, zone, zone. Oh, do you see the box there? Do you see the box? Come here. Let's shoot. Take the ammo, take the ammo. Okay, heavy sniper? Oh, he bounced to the... Yeah, yeah, here, on the house. Oh, nice job. Oh, nice job. Okay. Hinter uns S, 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 S wurde auch noch gebaut? Yeah, I see him. There's a lot of people there. Okay. Lass uns vorsichtig sein, nicht zu... Got him. Nice. One more there, south. Got him. Bro. Philipp, was machst du hier grade, alter? Dicker. Is noch einer, oder? Ah, that was just the base I'm trying to break. I'm not sure if someone's in there. I'm just breaking the base. No. Leer. Okay, ich mach das hier mal ab. Oh, on top of the big... The big building right in front of you. If you break that, one guy is gonna fall to the top. Are you breaking it? Yeah, okay, cool. He's on the very top of that. So, he's gonna fall down soon? Yeah. Einer tot. Einer noch, einer noch, einer noch, einer noch. Vor mir. Oh, yeah, I see him. There are more people there, be careful. Oh, to the left of you? Mhm. He's running away. Hit, hit. Nice. He's down. Rechts von mir, rechts von mir, glaub ich noch. Yeah, south east, I think. Mhm, ich seh sie, ich seh sie hinten, hinten... Hinten am kleinen Berg. Hinten am kleinen Berg sitzen die. Yeah, okay, I see him. Oh, he's a little too high. Einer hat einen Hit bekommen, einer hat Hit, einer hat Hit, Heavy Sniper Hit. Hit? Oh damn, bro, ich hab auch einen Hit bekommen. Da ist noch jemand, da ist noch jemand, da ist noch jemand hinten bei dem kleinen Hügel. Müssen wir uns eigentlich holen. Der sitzt, glaub ich, sogar relativ still. Oh, one guy is sneaking to the tree. Do you see the tree? Aha. I break the tree. I think I'm being shot from behind. Sure. Oh. Yeah, yeah, you got shot from behind. Einer vor mir, einer direkt vor mir. Ist tot, ist tot. Der einen hab ich tot. Where are people behind us? Ja, ja. Und auch hinter uns noch, hier auf der anderen Seite, ne? Also, SO. Von dem wir... Oh, I see him. I'm gonna break the tree. Ganz oben, ganz oben, ganz oben, ganz oben, ganz oben, ne? Fuck! Robbie! I hate him as well, okay. Philipp, du holst das Ding, du holst das Ding. Einer ist noch bei dir in der Nähe, ne? Yeah, yeah, I know, but there is one guy here. Damn! Zehn und sieben Kills. Alter! Oh, Bro, hinter dir! Yeah, yeah. Okay, Philipp. Oh, hi. Er hat deine Falle zerstört, ne? What? Really? Ja. Oh mein Gott, immer noch oben, immer noch oben. Hast du einen Zugrusspad, um abhauen? He didn't die. Holy shit. I know. How? No clear. Okay, break a thing. Oh, wow. Actually, a pretty decent player, right? Or just a very scared player. Oh, someone died? Ja. Ja, rechts von dir. Oh! Alter! Was für ein Kill. Letzter kommt. Ja. Er spielt nur heavy, er spielt nur heavy, glaube ich. Automaterials. Vorsichtig. Nein! Nice. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hinter dir? Oh. Ja, nein. He's trying to trap me. Nice! Ich glaube, er hält dich. Ein, ein Hit, ein Hit und er ist down, oder? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nein! Oh, fuck. Nice, digga! Sehr schön! Aber 7 und 11 Kills Nice one Leute, richtig schönes Match hier mit dem lieben Philipp Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei Dann sehen wir uns alle auf der Gamescom Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend Küsst eure Augen, macht's gut, haut rein Bis dann, ciao, ciao